Hallo ihr Lieben! So, da ich immer häufiger gefragt werde, welche Materialien benötige ich, um mit der Ölmalerei zu starten, mache ich hier mal ganz kurz eine Einführung. Das Material von mir ist hauptsächlich von Bob Ross, weil ich von diesem Hersteller absolut überzeugt bin. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich kenne keinen besseren und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Die Materialien halten sehr lange und sind sehr gut. Gut, also wir fangen mal an. Hier drüben mit unserer Staffel, die ist von Athena, genauso wie die Leinwand. Das bestelle ich beim Kunstpark. Also die Leinwände bzw. die Kairan sind 2 cm stark, gibt es in sämtlichen Größen und die sind wirklich absolut super, kann ich nur empfehlen. Dann gehen wir weiter. Als nächstes kommen wir hier, unser Hintergründer. Das ist unser Gesso, das gibt es in Schwarz, Grau und Weiß. Das braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ihr kauft günstige Leinwände, weil ihr erstmal anfangen wollt zu üben, dann nehmt ihr Grau oder Weiß und grundiert euch die einmal vor. Ganz wichtig, benutzt dafür auf keinen Fall eure Pinsel fürs Grundieren, sondern so einen Schwamm. Ich schneide in einen so einen Schwamm und dann drei kleine Streifen und dann könnt ihr damit vorsichtig die Grundierung machen. Das ist ganz wunderbar und anschließend schmeißt ihr sie einfach weg. Ganz wichtig, ebenfalls die Grundierung, wenn ihr sie fertig habt, muss komplett durchtrocknen. Also auf gar keinen Fall sagen, ach da ist noch eine kleine Ecke, das ist ein bisschen schwarz, egal, brauche ich auch ein bisschen dunkler. Keine gute Idee, wie gesagt, damit schadet ihr euren Pinseln und die gehen dadurch kaputt und euer Bild würde auch nicht schöner werden. Also wirklich ganz durchtrocknen lassen. Dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Alles klar. Danach haben wir hier unsere wunderschönen Flüssiggründe. Einmal das Flüssigweiß. Das benutze ich fast für jedes Bild, es sei denn, ich habe jetzt ein dunkles Bild. Dann benutze ich das Flüssigtransparent. Beispielsweise, ich habe jetzt ein sehr dunkles Meer. Dann habe ich mit Gesso Schwarz grundiert. Und danach nehme ich das Flüssigtransparent und male mit dem dann weiter. Anschließend haben wir hier unsere Pinsel. Meine sind alle von Bob Ross, weil die wirklich einiges abkönnen. Die haaren nicht so stark. Man kann mal ein bisschen doller aufdrücken. Und die Bursten sind wirklich alle einzeln und verkleben nicht. Gerade auch bei den größeren Pinseln oder bei den Blumenmalenpinseln. Also gerade wenn ihr Landschaften und Blumen malt, kauft euch ruhig die teureren Pinsel. Es lohnt sich definitiv. Okay, hier drüben habe ich meine Glasscheibe. Kann ich euch nicht weiterempfehlen, wenn ihr jetzt Kinder habt, weil die natürlich ganz leicht bricht. Wie man hier hinten sieht, ist mir dies auch passiert. Hat mich nicht groß gestört, weil dadurch mein kleiner Bildschirm da hinten in die Ecke noch passt. Aber wie gesagt, für Kinder zu gefährlich. Dann nehmt ruhig eine Plexiglasscheibe oder schaut mal, was ihr im Internet für eure Farben findet. Hier drüben ist mein kleiner Holzkasten aus dem Baumarkt. Den habe ich selber komplett umgebaut. Mit einer kleinen Schrägen drin, damit ich da eine gute Übersicht von meinen Farben habe. Weil mich hat das wahnsinnig gemacht, immer irgendwo zu suchen, wo denn jetzt gerade die richtige passende Farbe ist, die ich gerade brauche. Und so ein Kasten ist wunderbar. Hier drüben sind meine Ölmaltücher. Da habe ich jetzt die von Butni oder auch von Rewe. Das sind ganz normale Babyfeuchttücher. Die sind zum Reinigen der Hände ideal und auch zum Reinigen der Palette sozusagen. Für die Pinsel nehme ich sie zwischendurch auch. Ganz wichtig aber, ganz zum Schluss benutzt bitte die Feuchttücher, in denen Öl enthalten ist. Weil sonst trocknen diese Feuchttücher eure Pinsel aus und schäden sie auf Dauer. Schädigen sie auf Dauer. Okay, als nächstes haben wir hier unsere Verdünner. Den gibt es natürlich auch von Bob Ross. Ist allerdings sehr kostspielig, deshalb bin ich jetzt auf diesen übergegangen. Auch geruchslos. Also top. Kann ich nur weiterempfehlen. Daneben steht unser kleines Blumenöl. Dieses benutzen wir, wenn wir jetzt eine Farbe haben, die sehr zäh ist. Dann einfach ein kleines bisschen Öl mit rein und ihr könnt das ein bisschen besser mischen und ein bisschen besser verteilen. Dann kann ich nur empfehlen, benutzt einmal Handschuhe, gerade wenn ihr die Palette reinigt, also oder die Glasscheibe. Macht das nicht ohne, weil ihr versaut euch alles. Die ganzen Fingernähe ist alles grün und schwarz und ja, die Handschuhe. Hier habe ich so eine kleine Schüssel. Da kommt mein Gesso schwarz rein. Kann ich auch nur empfehlen. Die kann, das kann man ganz gut reinigen im Glas. Ja, da mache ich so ein kleines Tröpfchen rein und dann nehme ich halt, wie gesagt, den Schwamm. Hier ist mein kleiner Eimer mit meinem Sieb. Das ist jetzt kein Bob Ross Eimer, weil der ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Aber das Sieb ist von Bob Ross, weil es einfach unschlagbar gut ist. Dann habe ich hier hinten, ich hoffe für euch, wird nicht schwindelig, ebenfalls mein großes Bob Ross Sieb mit einem ganz einfachen Mülleimer. Den habe ich von Jawohl gekauft, weil es ist doch nicht ganz einfach, da was zu finden, wo das Sieb auch reinpasst, weil es sehr breit ist. Aber gerade für die größeren Pinsel kann ich es nur empfehlen, weil ihr sie so wirklich, wirklich schön trocken kriegt. Die Flüssigkeit wird aber gesammelt, dass ihr sie weiterverwenden könnt. Okay, also ich glaube, das war es erstmal mit der Einführung. Ja, vielleicht mehr im nächsten Video. Das ist übrigens mein derzeitiges Bild. Meine Wildblumese. Danke, tschüss.